Und jetzt ist sie fast voll und jetzt sinkt sie schon wieder. Ich muss immer so Massen töten. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich sowas sage. So schnell. Jetzt dürfte nämlich gleich mal Sense sein. Wenn ich jetzt viele auf einmal... Ja, da schön in die Massen rein. Schön in die Massen. Und jetzt habe ich noch einiges an Karten. Los, 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 ich muss euch kaputt machen. Ich muss euch kaputt machen. Jetzt schnell. Ah, die Leiste sinkt wieder. Und dann spawnen neue. Jetzt schnell aufladen. Schnell, 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 schnell. So, jetzt alle gegen mich hier. So, sehr gut. Jetzt geht mal kaputt. Es muss immer einer sein, der dann die Leiste noch so am Leben hält, dass sie nicht ganz sinkt. So, wieder drei kaputt. Ich brauche mehr. Hallo. Ah, jetzt kommt ihr. Ist ja nett. Jetzt raste auf ihn aus, Sora. Du musst richtig auf ihn ausrasten. Verdammt. Na toll, was soll denn der Kack? Mach doch was Vernünftiges. Du raubst mir nichts als Zeit. Toll. Da bringt Scooby echt mehr. Einmal richtig durchrasseln. Jo, mit Goofy kann man gut Rabatz machen. Randale. Okay. Und der ganze Spaß nochmal von vorne. So. Die haben ja eh nur ihre mickrigen, süßen Einerkarten da. Hm. Also los, Monstro. Husten uns sofort aus. Mehr. Äh, mehr. Ich brauche mehr. Dunkle Böse. Es hat nicht geklappt. Haben wir es falsch gemacht? Wir müssen einen besseren Kampf liefern. Es könnte besser klappen, wenn wir die Irrherzlosen in schneller Folge besiegen. Willst du es nochmal probieren? Äh, ja. Das Set war ja gut. Jetzt weiß ich auch, wie ich Goofy einsetzen muss. So, kommt alle her. Kommt alle her. Schön. Alle zusammen. Goofy ist gut. So. Alle wieder in die Richtung. Okay, dann gehen wir in die Richtung. Ich glaube, ich bin noch nicht stark genug. Hm, zu wenig Schaden. Ah, was soll das schwule Vita da drin? So. Schön kaputt machen. Und da kommt ein Goofy. So. Jetzt, wenn viele Gegner kommen, jetzt einmal richtig die hier noch kaputt machen. So. Alle kaputt, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Boah, doch nicht. Man! Das kann doch nicht so schwer sein. Ich brauche neue Monstermassen. Ich krieg's nicht. Ich krieg ihn nicht hoch. Los. Monstro. Jetzt. Stell ihn nicht so an, Mensch. Hat wer ne Pfeffermühle dabei? Boah, ich weiß, warum ich mir die Welt zu letten für uns gelassen habe. So eine unschöne Welt. Findet ihr nicht? Schreibt eure Kommentare. Komm, putz. Okay, das hat euch auch relativ wenig interessiert. Ich brauche mehr Goofy. Donald ist zu langsam. Und das kann nachstocken auch. Ich bräuchte jetzt High Potions. Das wäre noch was. Dann direkt ein paar High Potions. Oh, dass ich für jeden Kampf das Scheiß-Set ändern muss, ne? Wie nervig. Oder. Ah. Vor allem, die geben nicht mal Erfahrung. Wenn es denn so wäre, dass die mal wenigstens Erfahrung springen lassen würden. Nix. Erfahrung gibt's nicht. Erfahrung gibt's beim Kämpfen nicht. Ach. Er macht schon Erfahrung beim Kämpfen. Oh. Nö, 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 nö. Lö, 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 lö. Lö, lö. Bing, bing, bing. Oh, Monstro interessiert es wieder gar nicht. Schade. Also nochmal den Spaß mit, äh, High Potion. Ja, ist gut. Ja, hust uns aus. Tust du nicht. Wir müssen einen besseren Kampf liefern. Und nein, ich will's nicht nochmal probieren. Ich muss mein Karten-Set erst wieder überdenken. Ähm. Erstmal weg. Weg können die teuren Karten. Sowas kann weg, sowas kann weg, sowas kann weg. Hier reichen die billigen. So, was ist noch gut? Hinzu. Zwei. Drei. Eins. Drei. Sehr gut. Drei. Jetzt bräuchte ich am besten noch ne Potion oder so. Was kostet denn so ne Potion? Boah. Verdammt. Die braucht ja einiges. An KP. Mensch, Mensch, Mensch. Was kann man nicht noch rauswerfen? Weg damit. Vita brauche ich nicht. Notfalls macht Donald das schon. Da bin ich zuversichtlich. So, das soll schon ausreichen. Das heißt, wir haben einen Versuch mit der Potion. So, und diesmal liefern wir einen besseren Kampf. Jetzt wird mit niedrigen Karten gerichtet. Ich brauche Goofy. Hört auf, meine Karten zu stechen. Wieso tut ihr sowas? So, wieder zwei down. Einer down. Das war jetzt nicht so intelligent, dass die... Da war die Karte. Ich brauche mehr Rabatz. Los, Rabatz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hast du schön gemacht, Goofy. Ich bin stolz auf dich. So, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Die müssen jetzt kaputt gehen. Alle am Stück. Ich brauche noch einen Goofy. Verdammt. Das sah so gut aus. Und weiter, 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 weiter. Einer von euch muss jetzt mal langsam drauf gehen, sonst geht wieder alles weg. Boah, sehr gut. So, und weiter, und weiter, und weiter. Ich meine, wirklich was anhaben können die mir ja nun sowieso nicht. So, ihr hättet jetzt alle auf einmal ruhig kaputt gehen können. So, jetzt schaffe ich's. Los, los, los. Mach, geh kaputt. Nein, es war so knapp. Warum muss Donald auch zwei langsame Zauber machen? Egal, jetzt schaffen wir's. Jetzt bin ich zuversichtlich. Und schneller Reihenfolge. Ja, ja, schnelle Reihenfolge. Schnelle Reihenfolge. So, jetzt. Nies halt. Nies, nies. Los. Die Anzeige ist doch voll. Oder muss ich jetzt nur noch den Rest kaputt machen? Weh, die Anzeige sinkt wieder. Okay, ich glaub, ich muss nur noch den Rest kaputt machen. Sehr gut. Du gehst jetzt auch noch vor die Runde. Ach Mensch, das hat ja doch wieder alles viel länger gedauert, als ich wollte. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Elefant. Dumbo! Dumbo! Puh! Was jetzt? Das klappt, Monstrum muss gleich niesen. Hat ja auch lange genug gedauert. Boah. Jawohl, Übersternchen. Yay. Aua, jetzt weiß ich, wie es ist, die Kanonenkugel zu spielen. Rums. Wo sind Pinocchio und sein Vater? Haha, ne Tür. Cool. Sie sind weg. Sie müssen es nach draußen geschafft haben. Ja, Schiff ist weg. Ohne dich, Jiminy? Ich dachte, vor so einem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Den beiden gut geht. Vielleicht braucht mich Pinocchio ja gar nicht. Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er ist weit gebracht. Vielleicht braucht der Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne meinen Gezeter besser zurecht. Weißt du nicht mehr, was Geppetto gesagt hat? Es gibt blöde. Hauptsache man liebt sich. Ich wette, Pinocchio kann es kaum noch erwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. Das wäre schon gut. Dö, 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 dö. So. Und ich mache jetzt hier Ende. Ich gehe jetzt nicht raus. Ich werde jetzt hier speichern. Und wir werden uns das nächste Mal hier wiedersehen. Ich bin Kuschelguppi. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und dann wird der Kampf mit Laxen vermutlich kommen auf der nächsten Etage. Hö, hö. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020